Der Aka-Ellenbestand darf nicht zu stark ansteigen. Da kommt ihr ins Spiel. Tut, was ihr am besten könnt. Zeit für einen wirklichen Schatz. Gewehr aufgebaut. Es kann losgehen. Werfe ein Gerät. Blättergranate draußen. Lade nach. Streusprengsatz aktiv. Bleib für Gerät. Hier ist ein Medkit. Hier ein Medkit. Spasibo. Ihr passt euch gut an die Umstände an. Nehmt diese Führung mit. Hier gibt's Munition. Hier ist ein Medkit. Luftschleusensequenz initiiert. Alle Mitarbeiter sofort zur Schleuse. Luftschleusensequenz läuft. Sofort zur Schleuse vorrücken. Positionen Luftschleuse bis zum Ende der Sequenz halten. Luftschleusensequenz. So Zornendurchgang läuft. Luftschleusensequenz. 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 Oh Streusprengsatz wird aktiviert. Das ist aktiviert. Hole mir Munition. Ihr könnt nachladen. Ihr macht das gut. Bleibt in der nächsten Subzone so fokussiert. Munition holen. React-Gerechter hier drüben? Hier kann man nachladen. Danke. Ich hab meine Munition aufgefüllt. Luftschleißensequenz. So vorne durchgang läuft. Meine Zielposition sammeln. Wir müssen mehr Ballungszonen räumen. Wir rassen. Das ist mein Schemann. Nachladen! Nachladen! Streusprengsatz aktiviert. Werfe ein Gerät. Mein Ziel der höchste B-Ringheit. Kreuzone einfällt. Streusprengsatz aktiv. Blätterkanaden einsatz. Oh, okay. Verbündeter nicht schießen! Friendly fire! Lade jetzt nach! Paddokson stabilisiert. Munition voll! Machine! Bestätigt! Am Nachlangen! Ausgezeichnet. Dank eures Erfolgs könnten wir zusätzliche private Förderung bekommen. Spätijını nachweisen! Vigilar! In uns! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020